PEGI 16 Bislang jagte ich die Aschins allein aus Rachsucht. Aber jetzt ist es wohl an der Zeit, mich meiner eigenen Vergangenheit zu stellen. Es handelt sich vermutlich um Relikte der Alten. Vielleicht haben sie auf diese Art Ideen aufberatet. Vielleicht sind unsere Seelen und unsere Erinnerungen auf eine uns noch unerklärliche Art und Weise miteinander verbunden. Vor seinem Ende bat uns Emmet sich, die Aschins als Volk in Erinnerung zu behalten. Das Licht! Es überwältigt sie! Das alles kann kein Zufall sein. Dies ist der Wille des Lichts und ich wurde entsandt, um neue Krieger des Lichts zu berufen. Was geht hier vor sich? Was geht hier vor sich? Was ist da nur in dich gefahren?